ja alle untertitel konnte er weiter vorgeteckt es ist der gleiche tag der gleiche nachmittag der gleiche in den uhr aber ich nicht nur bei uns nicht aussiekt wird auch die folge kommt früher aus also mal gucken wer weiß wer weiß genau wir gehen jetzt auf höhlen tour ich will mir noch ein bisschen ausrüstung er kann es ja dann bei mir vorbeikommen ja wenn ich dann genug ausrüstung das so viel essen brauche ich nicht Prozent 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 von einer Spitzhacke was was mache ich gehen aus ich mach die mal aus Eisen einfach Spitzhacke dann noch eine neue Schaufel der Bildschirm ist mir doch etwas zu groß und eine Axt sonst werde ich ja wahrscheinlich nichts brauchen oh Gott Ticket was oh 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 was denn abgestürzt nein hängt sich gerade auf ja schon fast das gleiche sitzt mit Fraps auf meinem Feld ist übrigens alles gewachsen warte das mache ich noch schnell das was bin ich dumm denn der Server ist ja weitergelaufen Scheiße in der Zeit ist weg nein ist ja jetzt muss ich es beenden mach Fraps am besten aus na es geht ah cool ja okay da sind wir wieder zurück ähm kurz hat sich ähm Ticket aufgehangen bei mir nicht also ich hab keinen Cut und so ne ja bei mir war komischerweise gerade ein Cut drinnen ja komischerweise wie ist der nur da reingekommen ja ganz komisch ganz komisch total ich ernte noch mein Feld ab ich auch so das reichen Rest kann ich ja dann später holen Karotten 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 ich hab nämlich erstmal genug Kartoffeln 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 oder Erdäpfel 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 das kommt ja wieder mit seinen Erdäpfeln ich sehe keine Erdäpfel sind Erdäpfel ja aber Erdäpfel sind ja Erdäpfel ja aber man spricht das nicht Erdäpfel man spricht das nicht Erdäpfel aus und wenn man schon nicht Kartoffeln sagt dann muss man auch Erdäpfel sagen nicht Erdäpfel das hört sich ja total bescheuert an Erdäpfel das hört sich nicht weniger bescheuert an als Erdäpfel Erdäpfel ist ja egal er ist super egal ich bin gleich bei dir wer klaut da eigentlich immer die Seerosen glaubst du nicht dass die so verschwinden sozusagen nein eigentlich nicht also ich bin jetzt hier nein ja warte was hast du so da noch nicht viel wieder sehen kannst aber echt darf ich ja selbst mehr warum hab ich mich ach du bist gestorben ok kommst du oh ne wo bist du du wirst grad angefragt äh was im Chat du hast hier ich tu mal äh zwei zwei Tropenhölzer bei dir rein die lagen hier rum auf deinem Grundstück ok ja ok gehen wir ich hab ja noch eine Höhle also bei einer Höhle einen Waypoint da gehen wir würde ich sagen hin warte ich lege nur schnell das in die Kiste ab dann brauchen wir nicht dann brauchen wir nicht wieder eine Folge um eine Höhle zu finden brauche ich den Bogen? nein ja mach hin Knochenbein nicht das Bein nicht das Brot war nicht der nämlich mit Aua warum war das? guckst einfach du stehst einfach mit dem Rücken zur Kiste sonst weu irgendwas hör auf kann wir jetzt gehen? ja ein bisschen blöd dass ich äh falls ich jetzt sterbe verliere 22 Level ich wär ein bisschen blöd ja ist ja egal ach egal dir ist das egal warte hat er noch was gesagt was will der eigentlich warum hä? er schreibt TKW in Chat mit dem Fragezeichen und nix weiter bist du hinter mir kommst du hinterher oh Lärmarsch hast du dir bei der Höhle auch in Waypoint gesetzt? nein oh man warum nicht? dann spawnen wenigstens ja doch das ist gut warte mal spawnen ja wirst du jetzt blindfisch ey immer wenn du versuchst mich mit einem Ei abzuwerfen kommt da ein Hühnchen raus also können die ja nicht faul sein die Eier mit denen du mich abwirfst gute Qualität wirst du mich eigentlich verarschen? ich muss hinterher kommen ne das weißt du aber jetzt ich hab ne Höhle gefunden haha hast du facken? ja ja elf stück aber nur ja bis mit kohle hab ich schon die ich ja ich nehme halt das Eisen ich brauch das eh dringend als du naja ich will auch was schaffen also brauche ich auch Eisen blöd ist ich kann jetzt nichts dagegen sagen weil du dich besser auskennen hey ey wurscht ich wollte eigentlich nur den Block unter die Acht bauen da ist wieder ein Minenschacht ich glaub da waren wir schon mal aber wir gehen erstmal nach links ne weil wir schon mal in einem Minenschacht waren warte jetzt kann schon wieder runter gefallen ich hab irgendwie was war das was ist das grüne grüne Saphire oder was auch immer ja und da sind noch blaue Saphire warte ja cool kommst du ich hab keine Fackeln mehr ja dann mach dir halt welche hast du die grad eingeschammelt? was denn? blaue Saphire nein hast du welche im Inventar? nein das gibt's ja nicht du hast keine Fackeln mehr oder? doch 6 Stück kann ich eine Fackel haben? mach dir doch mit ja viel Spaß mit der Spinne da hinten willst du mich eigentlich verarschen? du bleibst jetzt hier und nimmst deine Fackel alle schlafen bitte boah jetzt müssen wir wieder leften nein tun wir nicht das weiß ich mach einfach Tag machen die anderen ja auch ich will ich hab jetzt keine Lust um wieder einen Cut zu machen nur weil die schlafen wollen ja hast du grad Tag gemacht? ja wo war das jetzt? ach ich bin schon wieder ist denn also wenn wir oben an der Oberfläche sind wenn wir oben an der Oberfläche sind erschreck dich nicht zur Junge låt ich mir dauernd reinquatschen denn wir oben kann ja nichts dafür wenn der mich hier da sehens verdammt ich wollte dich das Schwert nehmen vergess nicht wir brauchen Kohle sehr dringend ne Wegen Generatoren und so und du lässt einfach überall die Kohle liegen das war Absicht damit ich dich arbeiten lasse ich habe eine Spinne gehört ach okay ich höre schon eine ganze Zeit eine Spinne da 10 noch mehr 10 da hinten ist ein Spinnensporner Sparner Spinnensporner Hä was wozu wurde der hinzugefügt zu weit ist ich komme noch nicht raus das gibt es auch nicht schlecht sollen wir da den Spinnensporner was Spinnensporner Spinnensporner genau sollen wir den abbauen gehen doch kommen okay da muss jetzt gleich das Server restarten ist wir so muss immer Superzeiten zum Aufnehmen reichten warum könnte ich da nicht neuer Mitspieler also damit er wo Vorsicht was denn da hinter der ich bin gegiftet ob so ist ich bin ich vergiftet weg weg schilder ein schildmann das sind Spinnen ich hasse Spinnensporner schilder nicht im echten Leben das sind die Spinnensporner das sind doch noch gibt es immer mal der macht man die Peter genau und wieder eine sie können zwischen das Giftspinnensporner warum bin ich da nicht vergiftet weiß ich nicht schreibt was soll ich schreiben schreibe ja okay wir gehen dich runter was wenn wir es nicht machen ich glaube ich meine das ist nicht gut weil er hat nicht nur hihihi okay es aber kurz wir sind dann gleich wieder da da ist da und er sind zurück wir haben anscheinend einen neuen Mitspieler um das ist nicht der Betzpläte sondern die aber 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 er er ist er ist er wird auch ja dann mach ich aber auch haben also anscheinend sind diese Spinnen hier nicht giftig also die sind ja normalerweise giftig aber ich weiß nicht wo und warum die nicht giftig sind wir sollten uns langsam an ich brauche ein neues Schwert langsam ja ich hab noch eins dabei aber ich brauche ich selber er ist klar aber wir sollten uns vielleicht hier irgendwo Uppsala hast du hast du den Mini hast du den Minium Stein eingesammelt offensichtlich ja ich hab schon zwei ja super ich hab keinen ich brauche noch drei du hast eh acht gehabt ich hab fünf und ich brauche acht hast du grad mein Safir eingesammelt sie sind verarschen du ja ich gebe gleich machst du eh nicht warte auch keine Warte boah der ist aber auch schon langsam aus Blut sterben ach danke wo waren die jetzt ich hab eben noch drei andere gesehen oder zwei keine Ahnung warte Kohle 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 es ist das nicht so viel Kreuz dabei oder guck mal und dreht dich mal rum überall um dich rum ist Holz ja also wenn du willst kannst du dir aus Saphir ein neues Schwert machen ich habe aber jetzt gerade keine Ding mit was das wollte ich mir gerade holen Aua warum hab ich Schaden bekommen eine Spinne sag's mir doch geht doch kaputt jetzt Scheiss Spinne ich will das haben ich will das hab ich will das hab ich hol's mir aber ich hab's war aber kein Mini-Umstein dabei oh scheiße was denn Na Gott ich fliege nicht in die Lava Gott sei Dank ja komm 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 Oha guck dir das mal an hier wie das sieht voll geil aus voll viele Rohstoffe aber leider nichts gutes ja der Server ja lag hallo warum kann ich nichts abbauen ja ist egal lassen wir links liegen warum links liegen ich hätte mir vielleicht aufschreiben sollen was ich ich da ist klar wie ich hasse das wenn man das so ausspricht wenn das welche so ausspricht ja ich weiß manche manche sprechen das aber Gravel aus das regt mich irgendwie voll auf Gravel 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 mich regt das auf ja ich weiß was ich sonst mache ha geh doch da weg das ist mein Zeug aber ich will das da oben haben was da oben klingt geh doch da weg jetzt geh doch da weg jetzt du musst wissen das Wort Jolo regt ihn also schreibt man alle jahre das Wort Jolo Jolo einer der schlimmsten Wörter zwei warum war das das Wort 2012 weiß ich auch nicht Diamanten müssen auch für 38 wir sind nicht bei Hexen ja es weiß was ich da grad sehe nein eine Truhe ich kann die nicht öffnen geh doch auf schnell bevor der David kommt da gibt doch zwei Dias zwei Dias drin schau mal ins Inventar warum schau mal rein ja hab ich doch sind da wirklich deine Diamanten drin ja die hast du nicht im Inventar weil bei mir sind die gerade die ganze Zeit im Inventar zu dich zurückgesetzt aber immer noch die Diamanten schau mal jetzt noch mal ins Inventar ich hab immer noch zwei Diamanten holst du das denn haben wir die jetzt verdoppelt oder was äh Vorsicht hinter dir unten danke dass du mich so früh warnst ich hab's auch jetzt gerade ich hab übrigens gerade gemerkt ich hatte noch ein ganzes Steak äh Fackeln ja super kannst du nicht was abgeben davon Prozent die nicht mehr ich hab immer noch die Diamanten ich auch hoch ich hab auch die Kürbiskerne und so bei mir ist aber die Kiste immer noch offen ich habe mir auch ich habe immer noch die Kürbiskerne das Tin und die Dias kann man jetzt kurz verknüpfen nur weil du es nicht bist nicht kürbiskerne ich bin es nicht wert hüppes oh oh ich werde spinnen ich nicht muss ich etwa helfen wo bist du du ich hab's gehört wo du bist alter erschreckt mich doch nicht so ich baue mal eben die kohle hier ab mit und so wenig drei stück davon abgeben ich hab genau drei stück erweite keine drei stück abgeben das in einer kiste noch ein er habe ich vier stück erweite keine drei stück abgeben die mp als du es tut erhält gut wieso was ist ja super so wie ein Spawner oder so ein was dann aber da war ich wollte diesen Gravel Gravel Abbau Ding machen mit der Fackel und das hat nicht funktioniert und das ist manchmal so entweder zu langsam war oder zu schnell ich höre das Spinnen und sich auch hoch wenn ich es angegriffen würde würde mir das eh nicht sagen und hier habe ich gerade Angst dass du dass du da irgendwie die ganze Zeit einen Creeper auf mich loslaufen siehst und mich aber nicht bin ich aber da wo bist du denn in der Welt der Weg er voll weit weg übertrieben erst wissen kennst du auf Facebook diesen Zwiebel so ja ich hasse den so ey ja ich so unlustig unter diesem Besenkopf ja auch unlustig Pinselkopf diese ganzen es gibt so viele Videos auf Facebook die so unlustig sind ich habe gar nicht ich habe gar nicht groß dass du deine Videos auch auf Facebook postet er sagt dass ich die auf Facebook poste ach du bist so dumm ich weiß wo die Spinnen sind komm runter komm runter spinne musst du was zeigen Aua warte 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 da bin ich voll was du bist voll ein Skelett ja auch da wieder warum soll ich runterkommen hier ist eine Höhle was ich mache jetzt den helleren Schäden du dich tu das habe ich gesagt aber auf den Englisch du dich verstehst du nicht warte mal Aaaaaaah B C wir singen das Alphabet okay es sind rote Saphira drin okay warum teleportieren die sich jetzt bitte wieder ach unable to teleport weil es ist weil sie wahrscheinlich es ist übrigens jemand schon netter Portal cool der Sascha Dings da können wir dann demnächst auch mal durchgehen hast du gefragt oder was? ne aber geh ich von aus wenn der mal eben nicht on ist kann der ja nix gegen tun wäre es nicht spannender wenn wir das selber machen ist mir egal wird dann gerne mal kurz anhalten stimmt die Folge ist ja gleich schon vorbei seit einer Minute wie lange war das jetzt? 21,11, 12, 13, 14 ja ich meine nur wegen ja wir kommen ich komme dann gleich wieder zurück aber dass wir uns dann einen Ofen machen weil ich würde mir gern ein neues Ding machen was? ein neues Schwert und dann eine neue Eisenhack äh Eisenspitzhack aha schon wieder ein Skelett ich will das Minium ich will das Minium ich hab kein einziges Minium bei mir droppen die das einfach nicht ja ich hab eh nur fünf nein aber jetzt hier gerade in dieser Höhentour hab ich noch kein einziges bekommen da ist er ein hallo ich war grad da drüber über dir und hab da was abgebaut und bin dann leider runtergefallen blauer Sophia hier auch blauer Hälschen das ist da er dort eine reizung von mir was denn ein Blanzer für uns und er hat sich ein Elfstück das ist im Notfall auch was abgeben ah ne dir gibt es nicht mehr das heißt abgeben der ist meiner nein natürlich natürlich nicht natürlich natürlich nicht aber vorher zwei gehabt und jetzt drei und da waren zwei ich abgebaut habe also müsste einer was man gefunden hat darf man behalten haben sich deine Eltern sicher auch ha 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 das ist meine kohle was man gefunden hat darf anhalten kommt es bestimmt wieder Uh, ein Stück Kohle. Ich bin reich. Reich an Erfahrung. Wie viel Kohle hast du eigentlich schon? 32 Stück. Ja, glaube ich dir sogar. Ich sehe ja immer, wie du das ganze Kohlezeug liegen lässt. Ich habe schon zwei Stakes und 51, aber das ist viel zu wenig für einen Generator anzutreiben. Hör auf! Willst du mich verarschen? Hau doch nicht gleich mit deinem Schwert. Lass mir ein ganzes halbes Herz abgezogen. Bist du depper? Ein ganzes halbes Herz. Ich habe auch mit der Hand geschlagen. Du hast mit deinem Schwert direkt zugehauen. Was willst denn du schon wieder hier? Oh Gott. Ist jetzt nicht so gut. Wollen wir die Folge nicht mal beenden? Ja, gut. Da beenden wir die Folge. Was ist das mal? Nein, geh weg! Sag ich doch. Jetzt geht er weg. Okay, warte, ich gebe dir. Ich brauche das eh nicht. Das hat lustigerweise jetzt auch ich. Nimm dir. Ich brauche das eh nicht. Ja, danke, jetzt hast du mir zwar zu viel gegeben, aber ich mache nichts. Ich habe dir auch nur welche. Ja, wir können ja sagen, Moment, wir können jetzt die Folge beenden. Machen wir auch. Ich nehme auf. Ne, wirklich, ich auch. Ja, du kommst gleich. Das können wir nicht rausschneiden, denn die Verabschiedung war ja mittendrin. Okay, tschüss. Tschüss. Musik Musik